Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 2017 und in dieser Folge wollen wir die Demo noch mal ein bisschen weiter ausreizen und zwar wollen wir The Journey ausprobieren und ich bin genauso gespannt wie ihr, ich hab da jetzt noch nicht einmal drauf gedrückt keine Ahnung was uns da erwartet, ich bin selber sehr gespannt und den Sound hab ich wieder ausgestellt, ich weiß nicht ob in The Journey ein bisschen Gelaber oder was auch immer ist, deswegen hab ich auch meine Musik ausgestellt nicht, dass sich das da am Ende übertönt und ich würde sagen, lasst uns das Ganze mal starten und ausprobieren Migitarian, Ibrahimovic wir sind in der Kabine von Manchester United und da hängt er, der Hunter aber klasse eigentlich ist der Huntelaar doch weiß komisch nein, kleiner Spaß am Rande aber ich bring schon so eine gewisse Stimmung rüber, ne, dieses ach, wenn man selber in dieser Situation wäre okay, Leute ich muss euch nicht sagen, wie wichtig ist, dass eine gewisse Start ist gehalten, wir arbeiten sehr für uns alle und die Chance kommen wir haben alle gesehen, die Team Schicht, Walker, sie gehen in der Linie Hunter und die resten der Sub-Zone, wenn ihr bereit seid, ihr seid nicht da, um ein Sonntam Wir machen mal locker bleiben. Okay, das war uncool. Wir haben anscheinend sozusagen die falsche Entscheidung getroffen. Aber ich dachte, als Jugendspieler sollte man erstmal locker bleiben. Ich dachte nicht, dass er das jetzt zu dem anderen sagen will. Ah, man kann sogar auswählen, ob man mit Team spielen will oder ob man mit Hunter spielen will. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich spiele dadurch, dass ich ja gar nicht im Team drin bin, mit Team. Ist klar, ne? Wir sind zur Zeit Platz 6 in der Tabelle. Fortfahren. Ja, und wenn Hunter reinkommt, werden wir mal versuchen, ein Tor mit ihm zu machen. Ihr merkt jetzt gerade, ich habe die englischen Kommentatoren diesmal aber angeschaltet. Ich finde, das gehört so ein bisschen jetzt dazu. Ja, man. Guck mal, Ibrahimovic sitzt auch auf der Bank. Pogba auch. Genau neben uns. Ich bin besser als Ibrahimovic und Pogba. Er dreht sich mit, er dreht voll mit den Augen der Arsch. Er will mich nicht. Krass man, jetzt machen die ihn auch noch fertig. Was wollen die? Ihr werdet schon sehen. Alles klar. Ja. Ja. Alles klar. Wir sollen uns eine Vorlage holen. Okay, wir sollen gar kein Tor selbst machen. Ach, schauen wir mal, was wir da machen können. Nein. 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 War das nicht sogar Hunter oder war das Martial? Ich kann ihn hier überhaupt nicht erkennen, irgendwie. Wo ist der Hunter? Ach, da vorne. Ah, der hat so ein Sternchen drauf. Aber wir haben nur noch echt wenig Zeit, ne? Nein. ihn schon wieder nicht ja mann ich habe pressing gespielt dadurch hat er ihn ausgeballert eckball nein wieder nicht drin noch ein eckball guckt euch das tor an alter das hat perfekt gepasst nice mit hunter das hat mir perfekt gepasst nein da hätte er sogar fast noch die vorlage geschafft fast leute fast also für mich macht das echt großen spaß irgendwie zeit so ein bisschen fokussiert zu sein auf den einen spieler macht bock und noch mal unter er hat den stock im arsch wobei ich da echt schon sagen muss da stört doch der martial schon im abseits wenn er im abseits stand das hat nicht so gut geklappt wieder nicht und abstoß abstoß wenn wir noch einmal versuchen hier anzugreifen schade ach komm da war wirklich nichts 5 minuten nachspielzeit der schuss war schon wieder gut ja das war jetzt auch nicht so doch 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 das war zu das war zu einfach ja da hat er auch noch seine vorlage für für Wayne Rooney auch noch direkt richtig nice da war sogar noch dran zwei tore und eine vorlage das war beachtlich jetzt wissen sie wer ich bin jetzt wissen sie wer ich bin jetzt wissen sie wer ich bin da war die martial schon schöne übersicht schöne übersicht klasse 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 steil pass was für ein herrliches tor und außerhalb des strafraums das das alles bin ich doch bestimmt sogar man of the match oder ja rooney hat auch schon 9,6 weiter ja leute ich würde sagen wir machen an dieser stelle hier eine pause in der nächsten folge machen wir dann weiter und ich hoffe ihr seid genauso gespannt wie ich und ihr könnt ja mal euren ersten eindruck von the journey unten in die kommentare schreiben würde mich mal interessieren und wenn ihr mehr davon sehen wollt dann lasst ein abo da damit ihr nichts mehr verpasst bis zur nächsten folge haut da rein